Hier haben wir schon eine Wolfshöhle zerstört und ich glaube da vorne, die da ist auch schon Schrott, ja. Aber das sind ja nicht die einzigen Wolfshöhlen hier hinten. Habt ihr eigentlich mittlerweile schon... Nein, ihr erscheint keine Arbeiter zu haben. Gibt ja auch, glaube ich, keine Ressourcenpunkte in eurer Nähe. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Aber ja, es ist wirklich mal eine Abwechslung, ein paar Orks zu haben. Well, we don't know. Aber wenn die uns wahrscheinlich in der nächsten Mission auch nichts mehr bringen werden, weil es da wahrscheinlich keine Orks mehr gibt, so wie die Menschen jetzt gerade. Gut. Gut. Wir sind fast da. Nein, Grundziehs. So, dann sind wirklich nur noch die... hoffentlich nur noch die Grundziehs da oben. Aim! Go where? Catch this! Cut them down! So, in der Wolfskurbe sind aber noch jede Menge Wölfe. Könntet ihr bitte? Euch fehlt doch einer. Wo haben wir den letzten gelassen? Uh... At your surface. That's all! You're a dead man! Well, we don't know. Okay. So. So. If not us. Really? Us? That's all! You're a dead man! Good! Ja, sag die Worte. Was macht der Naturring? Wertenstufenaufstieg? Sorgen? Achso. Ja, wahrscheinlich. Weil er gerade wieder abgestuft wurde. So, dann wieder nach Hause mit euch. Ich hoffe, dich finden wir... ...unsern hängengebliebenen. Irgendwo? Ist das euer Ernst? Ja. Let's go. Ja. Ja. Wahrscheinlich kann er nicht ohne uns gehen. Wir haben ein Problem. Ich kriege die Orks nicht weg hier. Hört auf, in den Wald rumzulatschen. Wo zur Hölle hängt der fest? Ich seh... ... ihn nicht. Da unten hängt er fest. Hm? Uh-huh. Probably. Let's go. Uh-huh. Uh-huh. Well, we don't know. Good. Oh ja, hat er sich losgelöst und weiß jetzt, wie er laufen muss. Vielleicht? Vielleicht? Okay, das ist das schlimmste Wegfindungsproblem, was ich in diesem... ...in Battle Mages allgemein jemals hatte. Uh-huh. Well, we don't know. Good. Who? Let's go. Probably. Let's go. Let's go. Ich weiß nicht mal, wie das genau passieren konnte. Yes. At your service. Good. Oh, sag bitte, du schaffst das jetzt um die Ecke. Yes. Yes. Let's go. Probably. Probably. Äh. Jetzt fehlt ein anderer. Wo, 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 wo hängt der jetzt schon wieder? Da. Jetzt gucken wir mal kurz, was bringt einem der Naturring? Ach, 15 Widerstand, ja. Das Titanschwert wäre... Das Titanschwert wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir das kaufen würden. Und... Die haben ein paar Stiefel? Die haben schon Stiefel? At your service. Kill home. Ja. Oh Gott sei Dank, ihr seid wieder alle Sicks. Könntet ihr aufhören, durch die verdammten Bäume zu laufen? Ah, Gott. Let's go. Yes. Yes. Probably. Probably. Erinnert mich daran, nie wieder Org-Einheiten auszubilden, weil scheinbar ist die Org-AI... ...extra Stroh durch. Yes. 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 Das ist ein Riese, das ist ein Dorftrottel, der im Land umherwandt und hofft Schätze zu finden. Okay. Ja, der riesige Org-Rock. Ja. So. Well, we don't know. Good. Good. Da sind immer auch die... I cannot summon another creature. Da sind immer auch die Riesen-Quäulern, die wir nicht rankommen. I'm looking for a new ruler of the town of Bril. Will you agree to take this post? Your Kinsmen have faith in you. It's a great honor for me, I agree. Ja, Aufträge. Kümmern wir uns erst mal hier oben um. Yes, sir. Panik und Heldentum. forward. March. Uh-huh. At your service. Zulich ist das meiste Gebiet sicher. Das heißt, wir ruhen erstmal die restlichen Schweine da und gucken, wer sich in der Höhle versteckt. Nicht, dass wir die ganze Zeit uns um die falsche Höhle gekümmert haben. Also die hier. Sondern uns hätten um die kümmern sollen. Von Kaserne. Geht es euch noch gut? Ich sehe, dass hier Kasernen und Tanketten und Fabriken rumstehen. Also ja, wahrscheinlich gehören die ganzen Einheiten, die hier rumstehen, zu den Gebäuden hier. Also die Tanketten auf jeden Fall. Und wahrscheinlich die Goblins auch. Oh ja, alle Aufträge, die das da beherbergen, die vergessen wir ganz schnell. Weil ich möchte mit diesem Goblin-Lager da unten keinen Krieg. Die haben Tanketten. Zwei Stück. Und was da guckt, was da noch aus der ihrem Ding rauskommt. Und das hier sind nur Höhlenmonster. Kein Rieses. Hat sich also erledigt mit dem Riesen. Höhlenmonster. Das ist alles. Du bist ein totes Mann. At your service. What? You won't get past us. Well, we don't know. Hallo? Hört ihr auf, warum zu stehen und töttet die? Well, we don't know. We don't know. Good. Ha! I'm going in the same way. Say the word. Well, we don't know. Who, if not us? Go where? Good. Yes? Stand to the death. Catch this! Okay. Schilde. Höhere Stufe. Heisiger Atem, der irgendwie nicht richtig funktionieren will. Heilung. Noch eine Heilung. Und noch eine Heilung. Ihr könnt euch mithelfen. Nicht nur die Nahkämpfer machen lassen. Heusiger von Kaserne. Antrieb von Kaserne. Okay. Hat Bril noch einen Auftrag? Nein. Hat die Schenke noch einen Auftrag? Nein. Ich dachte so. In der samee Weise. Huh? Uh-huh. Ja. Uh-huh. Let's go. Good. Huh? Let's go. You got the Laid- Ich nicht. Nein.